Alles auf Achtfangen! Kamera läuft! Action! Wie dreht ein Film und wie es nackt platt? Ein Film dreht um Aliens. Anderen Fabelwesen sozusagen, also gruselige Wesen, die die Welt zerstören wollen. Und drei Helden, die können Plattdeutsch sprechen, die versuchen das zu verhindern. Uns ist ja immer ganz wichtig, dass das, was die Schüler an Ideen haben, umgesetzt wird. Denn wir wollen ja schließlich keinen Erwachsenenfilm machen, wo Kinder mitspielen, sondern wir wollen, dass es ein Kinderfilm ist, von Kindern, mit Kindern gemacht. Und die Ideen sollen auch so umgesetzt werden. Die Schilder wie der Arbeit, wie wir kicken und zu beobachten, ist wunderbar. So, die Kinder in der Hand öffnen. Jetzt, jetzt! 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 Jetzt!